So, wir haben Momo gefunden. Ähm, wie ihr wisst, im Livestream haben wir ein bisschen gespielt. Wie es weitergeht, seht ihr natürlich in diesem Video. So, also, wir haben es endlich gefunden. Notizbuch von Momo. Notizbuch von ihr. Wir haben alle Notizbucher gefunden. So, dann mach mal die Arane Arbeit jetzt hier. Genau, reparier es, damit wir mit denen da reden können. Okay. Ich muss spielen, bevor ich mitkomme mit dir. Okay. Und, ich muss ganz kurz das machen. Okay, ganz nach oben müssen wir, wenn wir das installieren. Neue Gegenstand, Irrung. Sendeempfänger. Gut. Ist hier noch was? Nö. Ach, du Schreck. Das gefällt mir nicht. Ja. Er hat zu gemacht. Wunderbar. Gefällt mir nicht. Ups. Wo soll ich jetzt hin? Da hin soll ich? Du willst mich doch, du willst mich doch vereinbaren. Du willst mich doch einfach nur vereinbaren. Oh, oh. Höhenangst. Aber, wir schaffen das. Nein. Ich glaube, ich höre die Fische, die Fische, die Dächer. Da drüben sind die schon. Ja, um Feinde anzulocken. Ah. Ah. Oh. 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 Warum mache ich das? Oh mein Gott. Die sind einfach... So eklig. Rauf da. Schnell weg hier. Oh. Wie die einfach angerannt kommen. Eklig. Bei denen kriegt man ja voll Angst. Oh nein. Ich muss da rüber. Oh. Okay. Ich habe eine Idee. Meine Idee ist vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Wow. Wow, 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 wow. Komm. Spring. Ah. Einer hat mich gebissen. Aber ich hab sie alle. Aua. Der Einer hat es tatsächlich geschafft, mich zu beißen. Aber wir haben es hinbekommen. Wir sind auf dem richtigen Weg. Ja. Das tat weh. Erinnerung. Puh. Irgendwas passiert jetzt schon wieder. Warum kann ich hier hoch? Ach so. Deswegen. So, das kennen wir ja. Na. Wirst du wohl. Genau. Oh mein Gott. Wo wir lang gehen. Wenn schon Randale, dann richtig Randale, ne? Oh mein Gott. Wenn er das aufmacht, ne? Wenn er. Oh mein Gott. Okay, schnell, 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 schnell. Nell. 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 Ich habe so Angst vor denen. Schnell weg hier. Oh mein Gott. Die machen auch so eklige Geräusche. Oh mein Gott. Jetzt geht das Spiel erst richtig los hier, ne? Nicht mit mir. Okay. Nein, nein, nein. Hier sind noch mehr. Umhauen und da rüber. Oh, ist das eklig. Was für alle Katze alles machen müssen? Ah. Hör auf. Guckt euch das mal an, wie die einen gegangen sind. Da soll ich durch, oder was? Nein, 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 nein. Nicht mit mir. Okay. Okay, wir müssen ganz schnell irgendwie da hinrennen. Okay. Jetzt, lauf. Oh mein Gott. Ich kriege gerade Gänsehaut. Leute, es ist einfach... Wah. Huh. Das hat mich echt gut gemacht, diese Atmosphäre. Meine Luft ist gerade weggeblieben. Oh mein Gott. Geschafft. Geschafft. Ganz mit der Ruhe. Huh. Also da kriegt man Schweißen aus der Hände. Wenn die so angerannt kommen. Ich weiß, wir müssen uns da beeilen. Wir müssen uns da beeilen. Bevor die hochgehen. Wir müssen hacken. Und dann müssen wir ganz schnell hier hochrennen. Okay. Das sollte man eigentlich easy schaffen. Also. Bereit zu hacken? Lauf. Lauf. Lauf einfach. Lauf. Mach die Tür zu. Verdammt. Verdammt. Was ist da passiert? Hä? Sind sie gestorben? Wozu das? Für was war das? Wozu? Für was? Was benutze ich das? Hä? Ich weiß nicht, was ich mal da machen soll. Wenn ich jetzt die Tür öffnen würde. Wenn ich... Ah, nein. Nein. Ich... Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Wir müssen das öffnen. Und dann müssen wir das rausrollen. Weg hier. Fall nicht runter. Alles aber bloß nicht runterfallen. Shit. 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 Lauf. 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 Immer ganz schnell nach oben. Oh mein. Gott. Weg hier. Okay. Okay. Da müssen wir hin. Da ganz nach oben. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Da ist ein Schalter. Da ist ein Schalter. Gehen ganz schnell zum Schalter. Drücken den natürlich. Und natürlich kommen diese Fischer. Natürlich. Natürlich. Ja. 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 Ah. Da alleine hinten die mich. Juppie, Juppie, Juppie Die Katze geht um ihr Leben Nein, nicht sterben, nicht sterben Ich bin noch nicht gestorben Oh mein Nein, guck mal, schau doch die mal an Schau doch die einfach mal an Boah, ich mach plötzlich ein Leider So, ist glaube ich für euch angenehmer ein bisschen Oh, das war echt krass Also das war echt krass Oh mein Gott Okay Wo ist jetzt der Sender? Also wo soll ich das hin? Platz da Oh Haben wir es geschafft? Strom, endlich Oh Das war echt krass Das war echt krass Die Stadt sollte ein Schutzort sein, okay So, was macht er jetzt? Puh Ich würde erstmal sagen Das war's mit der Folge Wir sehen uns In der nächsten Folge Das war's mit der Folge Das war's mit der Folge Das war's mit der Folge